ach du scheiße schrapnel upgrade hier ist normal das schrapnel dieser lammfuzi der ist gefährlich alarm du hast gar nichts gesehen du penner boah schrapnel ist echt krass was niemals blinder passagier okay wir müssen da lang aber schon mal gucken Munition mitnehmen Messer Rüstung so weiter geht's Krieger Surrender ich glaub du hast den Arsch offen für mich gibt's keine Aufgabe geht denn hier ab ich verarschen wie viel die aushalten ist unglaublich da friss ja super soldaten in der haus vor allem weißt du die stehen da hinten dran aber wie ist die denn dass ich da lang lauf wie viel halten die denn aus bitteschön ich habe einen Scherz mit einer Laserkanone alter echt jetzt Schapnel ist schon cool Affen ist krass wie die Frames hier runter gehen unglaublich unglaublich schlecht optimiert Tja Scheiß Nervensägen so kann man wieder ein bisschen Rüstung gebrauchen danke kaum sagt mir was Soldaten haben die denn hier auf dem Schiff eigentlich ganz schön viele Laser ja super schön wo lade ich die jetzt auf ey ohne Scheiß ich bin schon wieder nerven da unten ich fresse ey wo lade ich denn die Waffe jetzt auf das war knapp Schrauben dann ist gleich wieder leer wie viel der aushält das ist so übermenschlich einfach nur was war 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 Das Positionswechsel, hier ist der Positionswechsel Ist schon wieder so ein dicker Boah, wieviel hält der denn aus? Ohne Scheiß Leckt mich am Arsch, jetzt werde ich aber langsam sauer hier Mein Gott, wer hat denn eine Adamantium Rüstung hier dran? Jetzt bin ich auf Vogel, ja jetzt kann ich das alles nochmal machen oder was? Nicht jetzt Ja, mich beschießen wenn ich am Aufladen bin, ganz cooler So, jetzt der um die Ecke kommt, kriegt die Fresse voll Äh, sorry, äh Äh Wo schießt der denn schon wieder auf mich? Hallo? Wo kommt der denn her? Spawnt er da drin oder was? Der ist wohl ein Scherz Jetzt schieben die ja auch noch die Drecksschweine Arschloch Ja wirf mal, schön, toll gemacht So, da kommt ja noch so ein dicker, wo ist er denn? Komm! Da ist er Schon gesehen, schon gesehen Ist aufs Maul der Typ Lass mal umschalten wieder Wir sehen wieviel der aushält der, wie krass So Coat einsammeln Gesundheit einsammeln Hat jemand geschossen? Moment, Moment, Moment Moment, Moment Oh, die Antennenbüe Büe 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 Son Ein Bui? Ah, hab ich vorhin auch wieder Nicht ein komisches Wort So A-Bel Bugs in the river Keep the channel open Blazkowicz We are inbothes Tracking your signal Das ist die Eva's Hammer, die Krone-Dewel der Nazi U-Ball-Fleet. Da ist ein Nucleer Cannon an diesem Boot. Und eine Korrektion. Ein Nucleer Cannon. Ein Backbone an diesem hier Magnificent-Fuckin-U-Ball-Captain. Ich gebe ihm das. Ich habe die Kription-Käse zu dem Nucleer Cannon in der Grave. Sie wollen fire? Nicht die Nucleer Warheads, nein. Ich habe die Kription-Käse zu dem Nucleer Cannon in die Kription-Käse. Also, wir finden die Kription-Käse. Die Kription-Käse sind nicht auf der Erde gehalten. Sie sind in der Nazi-Lunar-Base. Die Kaptien sind bereit, um sie zu lernen, mit dem Nucleer-Base zu lernen. Die Kription-Käse ist die stärkste Fassilität der Nazis. Das ist wo sie alle ihre Kription-Käse zu tun. Was ist dein Punkt? Caroline und Anja arbeiten an der Bucke-HQ-Käse. Ingelech, wir sind hier. Oh cool. Krass. Krass. Cool. Okay. Okay. Ja. ... und die Nazis noch die Atten. Aber es gab keine Hoffnung. Ich erinnere mich, als die Nachdenken in den Ort, in diesen Ort, ... es war brämmend mit der Leben. Die Generalität der Natur war öblich. Und jetzt... ... ich denke, wir sind die letzte Besucher. Hier sind wir. Aber ich muss mich sehen. Warnung! Blablabla, Bobby Meisters. Just step in. Ja, tolle Rätsel jetzt gleich, oder was? Wörter-Rätsel. Cool. Blau. Jo. Alles klar. So, los geht's. Ah. Aufzug. Ah. Okay. Nice. Hallo. Hau. Hau. Oh, ich bin doch. Oh, ich bin doch. Oh, ich bin doch. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Oh, shut the fuck up. Huh? Jesus Christ. What the hell is this thing? This is the secret vault out there. Now, first, we need to activate magnetic fields and create an entryway. Uh, this machine here, it controls the electromagnetic fields. Yes. Interessant, interessant. Ich verstehe nichts, aber okay. One, two, three, down. Itмотрите. Don feels, like, a Salesmane. You've got to identify an auditory point for everybody. Why? Oh, three, down. Vielen Dank.